Willkommen auf dem Kanal, wo ich dich mit auf die besten Reiseerlebnisse und Abenteuer mitnehme. Heute freuen wir uns, dich auf eine Reise durch das bezaubernde Phantasialand-Wintertraum mitzunehmen. Mach dich bereit, in ein Winterwunderland voller aufregender Fahrgeschäfte, atemberaubender Shows und festlicher Freude einzutauchen. Als wir das Phantasialand-Wintertraum betreten, liegt die Luft voller Vorfreude und Feiertagsstimmung. Das Phantasialand bietet eine große Auswahl an aufregenden Fahrgeschäften, die ihr Adrenalinspiegel auch im Winter in die Höhe treiben. Von den atemberaubenden Achterbahnen bis hin zu den sich drehenden Attraktionen ist für jeden etwas dabei. Zuerst nehme ich euch mit auf die Attraktion Mäuse au Chocolat, wo wir Mäuse fangen werden. Anschließend dreht es sich noch mehr auf dem weitbekannten Topspin Talokan an. Ich schaue euch allen feierlich! Oh Gott! Ich glaube, wir haben noch mehr Mäuse im Gehäuse! Los, vergleich noch mal! Los, vergleich noch mal! Ich glaube, wir haben noch mehr Mäuse im Gehäuse! Da war immer noch mehr Mäuse im Gehäuse! Du schaust röhnen! Du schaust röhnen! Du schaust röhnen! Du schaust röhnen! Es ist obligatorisch, was nicht fehlen darf. Yummy. Let's go reinschüppeln. Nach dem Essen ging es für uns auf Taron, wo ich euch jetzt mitnehmen werde. Let's go reinschüppeln. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Make-A-Wish